Ja, das dauert jetzt halt noch. Slava Boga, Slava Boga. Igam Ogam. Ich hab noch 10 HP, 10 verfickte HP. Und ich weiß nicht, was er ist. Gut, dann lass ich nur noch 10 HP. Ich würde dir mal raten, jetzt drauf zu gehen. Aber ich bin gut versteckt. Ich bin gut versteckt, deswegen... Was wäre, wenn ich dich jetzt mit einer Granate töte? Dann bring dich um. Wie, dann bringst du mich um? Dann kick dich für zwei... Ernsthaft jetzt! Ernsthaft jetzt! Du warst bei mir, gell? Ich kann nicht auf den Slava, denn es dauert zu lange. Nein, da war die Lampe! Ich muss mich jetzt mal gleich Flaumen pflücken. Du gehst Baumwolle pflücken, gell? Flaumen pflücken, du hohen Kobold! Baumen pflücken, alle anderen kriegen eine Stunde Pause, du musst weiter Baumwolle pflücken. Warum bist du eigentlich so ein Päckchen? Halt deine Fresse, Mann! Nein, jetzt aber nicht mehr. Ich bin eine Kiste, ich bin immer noch eine Kiste. Nein! Halt doch mal deine Fresse, Mann! Du gib mir die Mathe! Und er ist schon wieder bei mir im Raum. Warte! Halt deine Fresse, halt deine Fresse, halt deine Fresse, halt deine Fresse, halt deine Fresse! Halt deine Fresse, halt deine Fresse! Der immer noch bei mir! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Benne aber los, warte! Schrank! Ah! 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 Hat sich einfach weggebeamt! Erstmal mit seiner Granaten da hoch! Leiser! Leiser! Nein! Also, äh, eines muss man uns lassen! Wir haben Stil! Gesundheit! Na warte, dir werd ich geben! Ey! Pfff, 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 p wo hast du die textur her ist gleich das ist genial das ist dafür bekommst du den genialitäts award wenn ich finde er gibt mir ein tc draußen wenn ich dich finde dann bekomme ich hier ab und rechte du bist so eine intelligenz hat sich wieder ausgesperrt oder ja er hat sich wieder ausgesperrt ausgesperrt mit der ganzen wirst lukas oder scoob? ja scoob, wer das noch nennen eh, da war meine vermutung doch falsch das ist einfach nur epic scoob, ich geb dir einen clip ja er ist hinter dir jetzt ist er wieder, nein er ist genau vor dir lukas guck dir mal richtig die Mülltonne an du bist ein Arsch ah wieder das war so knapp, er hat dich fast gekillt der hat die andere Mülltonne versteckt ich weiß wo ja wo, sag ich nicht bin wir drin du bist wieder drin geil geil ah ah ah